Wir sind gleich auf einmal, gell? Und jetzt sind sie um die 5.000, 6.000 rein. Jetzt kann es sein, dass der Deckel bereits nach außen geht. Das war jetzt noch 20. Jetzt kann es sein, dass es zwei Duschen gibt. Der eine ist, wo der Boden nach außen geht. Der zweite ist, wo die Schoßen nach außen. Das war der Deckel nach außen. Und jetzt kommt der zweite. Das war jetzt nur eine. Das war jetzt die Gas. Das war jetzt die Gas. Das war jetzt die Gas. Und den Feuerball hast du noch da drinnen in deinem Raum.